Ja, Strategie ist erstmal überhaupt hochzukommen. Das macht einfach Spaß, die Stimmung ist super, es ist super viel Elan dabei, man weiß, die Leute haben richtig Bock drauf. Dann einfach, wie das ganze Dorf so vollumfänglich dabei ist und mitgemacht und ihre Stände hat und so, das ist für mich so ein bisschen einmalig eigentlich.